Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem Stumblegeist Video. Also wir machen eine kleine Challenge, das habt ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt. Wir dürfen keine anderen Spieler berühren. Also wir machen so, die ersten drei Sekunden zählt es nicht, weil guck mal am Spawn, da sind so viele Spieler, aber ab jetzt zählt es. Aber jetzt dürfen wir keinen anderen Spieler berühren. Nein, 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 Leute, oh mein Gott, das ist knapp das Spiel, als man denkt, glaube ich. Ich glaube, es ist voll easy, keinen anderen Spieler zu berühren. So, ich bin, oh nein, 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 ich glaube, ich habe einen berührt. Machen wir, wir haben pro Runde, ja, halt drei Leben, also dass wir, wenn wir zum Beispiel in der Runde dreimal jetzt einen Spieler berühren, so einen Spieler oder zweimal berühren, haben wir verkackt, weil wir haben gerade einen Spieler schon mal berührt. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Also, ich hoffe, es kommt vielleicht so blockt, ich jetzt blockt, ich finde es sehr geil, nein? So, darüber würde ich mich freuen. Obwohl es ja schon ziemlich schwer ist, keinen anderen Spieler zu berühren. Eici-Heiz. Okay, ein Eici-Heiz wird es richtig schön. Mal gucken am Anfang. Nein, nein, ich bin rüber gehichtet. Ich bin, ich habe ihn nicht berührt. So, 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 das machen wir sehr clean, würde ich sagen. Sehr, sehr clean. Ah, wir haben den Spieler berührt, wir haben den Spieler berührt. So, wenn wir jetzt nochmal in diesem... Oh nein, was mache ich da? Also, wenn wir... Wir dürfen jetzt noch, glaube ich, insgesamt... Oh Gott, bin ich gerade im Roboter. Ich komme gar nicht zur Rede, so spannend ist das. Oh, scheiße. No, egal. Ich komme gleich zur Rede, so dürfen in der Runde vielleicht so einmal einen Spieler berühren. Aber die Challenge ist schon richtig schwer, wollte ich nur sagen. Oh, nochmal Eici-Heiz. Okay. Okay, jetzt bin ich schon an den Rampen-Spezialstand, so viel Geld mit den Schützern. Nein, nein, Valkyro-Skin ist da. Nein, 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 nein. Ah, wir haben einen berührt, wir haben einen berührt. Nein, wir haben noch einen berührt. Nein, schon zwei haben wir berührt. Oh mein Gott, bin ich drüber gehichtet? Habt ihr es gesehen? Ich bin gerade über diesen Spieler drüber gehichtet. Das war nice. So, aber ich glaube, wir schaffen es vielleicht noch, uns ganz knapp zu qualifizieren. Ja, haben wir es geschafft. Also, ich glaube, es kommt jetzt vielleicht Painsblech. Painsblech? Ja, das war... Also, das glaube ich, es wäre eigentlich schon die beste Lab, aber... Teilvoll. Ähm... Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Also... Also, es ist schon machbar, aber... Es muss ja richtig schwer sein. Guckt mal hier. Ich muss auf jeden Fall zu... Oh mein Gott, der ist eines in mir gespunen. Nein. Es leckt. Sorry für die Legs. Oh mein Gott, der ist eines in mir gespunen. Äh, wir schaffen es nicht. No. Ja. Ich würde jetzt sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video und abonniert den Kanal. Dann sage ich, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.